Und jetzt, jetzt öffnen wir, wir öffnen jetzt unsere erste Champions-Ruhe im Chimex-Video-Play-Projekt. Wir gehen rein und bitte, lass es den Scally King sein, bitte, 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 lass es den Scally King sein, lass es den Scally King sein, lass es den Scally King sein! Das ist bitter, das ist echt bitter. Ich habe gesagt, Top oder Flop und wir haben den größten Flop. Nach dazu der Champion, der mich am meisten nervt über die ganze Zeit. Wir haben den Golden Knight, aber das Gute ist, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Wir öffnen die Jogo-Tour. Wir haben noch eine Chance. Letzte Chance. Wir ziehen unseren zweiten Champion, wir gehen rein, was haben wir? Wir ziehen jetzt unseren zweiten Champion, let's go, zweiter Champion, bitte, 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 nicht der Goldene Ritter! Vielen Dank! Das kann man mit Ihnen verrühren! Ich gucke euch mal mehr! Vielen Dank.